Dahmer, Ihr Fachbetrieb für Sicherheit. In und um Leipzig sind wir für Sie da, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Tür- und Autoöffnung zu fairen Preisen. Unser Meisterbetrieb berät Sie rund um das Thema Sicherheit fachlich und kompetent. Im Bereich elektronische Schließanlagen sind wir führend. Unsere Leistungen, mechanische Sicherheitstechnik, Alarmanlagen, Zäune und Tore, Antriebstechnik, Fenstertüren und Notverlassungen. Für uns stehen Sie im Mittelpunkt und wir helfen Ihnen gerne weiter.